Master, ich bin ein bisschen dumm! Das hab zwar ich gesagt, aber okay. Aber wenn du meinst. Ja, mein ich. Ich hab grad eisgelt mit zweier Bootseil gefahren. Hf und? Yeah, hf. Ey, Master, ich hab dir gar kein Spaß, was es gibt, ey. Och, Master! Oh, Master! Nein, nein. Nein, sollst du nicht. Ja! Hier, Trinder! Really?! Really?! Nice, nice! Ey, das ist doch so drückt! Ja, ich hab auch gedacht, jetzt fängt's an, ey. Und die Shivala, wer hat denn nochmal die 2.000 Wins gehabt? Irgendwas? Ich glaube die Annie, die Riven und die Brain, ne? Top 600 hat der Shadow, den kenn ich. Ach mein, der Stun hält noch nicht lang genug. Wer hat, Shen? Hä? Was hast du gerade gesagt? Was für Shen? Äh, die Annie hat 1.600. Das weiß ich. Ach, Shen, oh! Mensch, sag doch Annie... ...wicht. Ich glaub, was, wenn du dich sehn. Mensch, lass mich nochmal EP für AP fahren, ey. EP für AP, oder? EP für AP, genau. EP für AP, oder? EP für AP, genau. Ah, eBay, Gott sei Dank. Alter! Was ist los? Schon länger. Aber anscheinend ist sie nicht gut. Da oben ist noch ein... Schon länger hergekauft. Uuuuh! Uuuuh! Der hat vielleicht diese... Vorsicht. Sehr gut. Ich muss schon sagen, Alter. Warum... Warum... Uuuuum! Das ist ja niedlich. Ich hab voll kein Damage. Dam, dam, dam! Ein Scherz. Ne. So lächerlich, wie sie lacken. Ach, aber ich hab was gefarmt. Renn doch zurück, Rammus! Rammus, der konnte nicht spott. Der hatte keinen Marner. Er hat doch gespottet. Okay. Aber er rennt nicht zurück. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ach, ist ja niedlich, Wayne. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Natürlich kann ich ihn aber spüren. Oh mein Gott. Ich hab's nicht gesehen. Oh, das ist ja Annie. Aua, sie wollen auf mich Böse Ich hasse Flash Flash ist so dreckig Es ist doch ein Scherz, Alter Weil ich den Kill wollte Auf wen denn sonst? Ja, Oriana, aber trotzdem Dann steht er halt nur noch Oriana Man, die sind doch alle so lucky, ey Die Endi geht auf Ich hab die EXAP, verdammt Klar, labern wir nicht, älter Was denn? Was haben die denn bitte? Der Riven, der Oriana, der Addy Was willst du denn mit dem ganzen Bullshit? Ja, den Addy Das ist jetzt ein bisschen Bullshit mäßig Ähm, irgendjemand tank gleich Oh, dankeschön Ach, schade Alter, das warst du schon gestorben Ja Ja Ja, kurz zum K� Free, 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 free Free, free, free free, pree, free Free, 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 free Ich bin so tot, ich bin so tot. Nein! Is that so bad? Ja, ich steh auch hier hinten alleine, weil die Vayne mich gefokust hat. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich hätte sie gelacht, wenn ich sie nicht bekomme. Mach der Sinn, du bist so dämlich! Ach man, free! Da wollte ich den Kill haben. Ja, genau! Ist egal. Was? Oh, ich mach so Spaß. Ja, oder? Das ist krass. Das ist so geil! Vor allem, du kannst die ganze Zeit einfach hochhellen. Ja, eben. Kannst du zu Walker auch. Nee, nicht so cool wie mit Warwick. Ja, ist so. Warwick ist viel cooler, Alter. Hast du 100 life? Hä, bist du bescheuert? Haha! Die Riven sind so bad. Lass mich hier. Wir sind so tot. Den Leute nicht. Auf die Vayne! Die Riven hat nicht gerückt. Ich will die Kill. Die Eisgeld wechseln. Aua, die macht echt Schaden, ey. Quatsch. Spaß. Die hat einen Stun Raider. Sieht man fast gar nicht, wenn die ihren komischen W-A-Nach. Quatsch, Johnny! Biker ist so lächerlich stark. Wir haben einen Rage. Mann, das ist doch ein Scherz, ey, Leute. Was ist denn los hier? Wir alle in den Stun Raider. Ja, oder? Oh, das ist so geil. Ey, das ist doch bitte... Ryan, warum trollt ihr mich so hart? Die haben genau diesen Patch weggepatcht, dass es Dark-Kills machen kann. Oh, ja. Äh, keine Ahnung, was ist los. Jedes Mal fehlt nur noch ein Auto-Hit. Guck, guck's dir an. Was ist das, Alter? Was ist da los? Ah, okay. Geh mal raus, oder? Nein! Hau, Leute! Leute, die haben wir aufs Augen gestorben. Warum hast du überhaupt noch deinen Weg? Wär sie nicht? Och, die sich nicht über den Weg gestorben. Nein, weil ich die Riven haben wollte. Das Waste. Warum Waste? Das ist eine harte Ulti. Warum Waste, hä? Ja, weil du den besser auf dem Spiel hast. Das ist besser auf dem Spiel. Ne, lass mal. Das Krieg über ein Kill. Krieg gerade Krieger sonst keiner. Aber für Recht. Guck mir natürlich mehr Leute. Ja. Ganz ehrlich, wir haben voll die Heel-Charles. Wir haben Mutti und Warwick. Wir haben Mutti und Warwick. Ha, 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 ha. Boah. Das ist voll geil, wie die einfach immer in den Sun reinlaufen. Noll, fuck. Nice. Ah, kriegst du Kuh noch auf? Oh, leuch. Das ist... Ah, guckst du dir an, Alter! Tja. Das ist aber Fail, würde ich sagen. Ich würde da reinrennen, Peter machen. Oh, ja, oh, ja. Da bin ich dafür, ey. Aber ich will selbst reinrennen. Am besten mit Yi. Boah, ey. Mit irgendeinem Chardeck. Cool. Yi musst du gar nicht reinrennen. Einfach, ja. Einfach, ja. Einfach nur an Yi mit einem Alpha-Striker. Einfach nur an Yi mit einem Alpha-Striker. Einfach, ja. Ja, ey. Oh, ja. Wer ist der King? Ich. Ja, natürlich. Ich hab' mir gedacht. Hä? Wie ist denn hier bitte da durchgekommen, ohne Stunt zu werden? Wer ist der King? Jetzt hat der Outlord gesessen! Wuhuuu! Ich hab' den Fadenfuß gehabt, ne? Ja. Gut. Ey, die sind so lucky gewesen die ganze Zeit. Ja, ich weiß, ich raste immer zu viel. Ich weiß, ich mach's aber trotzdem. Lieber verbrauch ich ein bisschen Maler mehr, dann bekomm ich die Kill hundertprozentig. Alter, wir kriegen so viel Schaden. Boom! Ey, der Kuhvornberger macht so viel Damage. Hätt' ich echt nicht gedacht. Mach der. 260 Grund-Damage, ey. Wie richtig? Äh, Orianna. Ne, Wayne. Was? Ja, ich hab' nicht gesehen, dass sie da ist. Das ist egal. Pass auf, die Jenny hat keinen Stunt. Ja, mein Gott. Ja, immer schön rein, rein, Trinder. So ist gut. Na, egal. Ich sag' nichts. Warum lachen sie alle so rum? Leute, die Annie macht ja mal gar keinen Schaden. Was macht denn die Annie, Alter? Ja, kein Schaden. Ja, ja, ja. Kannst sowas von knicken, ey. Ich? Ja, ja, Free. So sagen sie alle. Hast du Beweise? Hast du ein Video? Ha? Was ist das tot? Was hast du tot? Was hast du tot? Was hast du tot? Wisse, ich hab' ja gesagt, Annie ist so tot. Hast du was in den Ohren? Und dann holt die der! Nein! Geil! Nein! Du Tank! Komm doch! Läuft! 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 Warum will ich mich nur die Heal teilen? Weil er kein Leben hat, Mensch. Du bist so tot. Ich will noch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Das ist noch ne Annie. Obwohl, würde ich doch, wenn man wild's end haben. Sie sich alle rüstisch schwüren. Warum? Sie sich alle rüstisch schwüren? Weil die 3 ADler haben. Na gut. Oh ja, das kass. Och, das ist dein Ernst. 5 Sekunden Ulti, ich mache InstaDop Gehen können wir tun X-Ulti Ja, ich hab kein Leben mehr Ähm, wir haben gleich keine Minions mehr Okay, wow, wir haben unbetankt Okay, die Annie holt sich schon ein bisschen Crap Bisschen? Leute, write english correctly, please Why do we win? Why do we win, Master? Oh, was ist das denn gewesen? Hey, hey Master Master Boom Boom Jetzt reicht's ja mal langsam in der Stadt Ich bin zu oft hier als Zweiger Kann doch nie angehen, ja Lol, hier mal Ja, Mundus tot Lol, warum benutzt der Heel? Ist der bescheuert? Wohl ich schon Na und? Alter, das habe ich doch geschrieben, why is our team winning? Warum schmutzte er den? Nicht den Wohl Wohl Weg, fahr's Wohl 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 Der Chaser Wohl Oh, diese Drecks-Ulti Auch Wayne, wenns geht Also, okay Um Tower kann man natürlich auch Hey, Torus Warte jetzt Das ist schön in meinem Tower. Warum mich? Endi, du weißt, dass du deshalb sterben wirst. Durch meine Hand. Haha. Haha, ich hätte noch nie aktivieren können, aber naja. And report Riven, please. BG, BG, Ligi, BG. Zeit uns wins, Zeit uns wins. Was? Wie viel Uhr ist? Guck auf die Uhr. Sorry, ich habe nichts gonna, oder.